So, Freunde. Wir haben einen Plan, um neue Kunden zu gewinnen. Und ich finde ihn ziemlich gelungen. Ganz ehrlich, da war Will's Idee, Frauen zu verarschen, besser. So war das nie gedacht. Aber ich teile Shanes Bedenken. Dave, so gewinnen wir höchstens Kunden aus der Hölle. Aber es wären wenigstens irgendwelche Kunden, okay? Und dann ist es eure Aufgabe, ihn noch mehr anzudrehen.